Gute meine Freunde und willkommen zum nächsten Teil unseres AMA3 Editor Tutorials. Heute erwartet uns der wahrscheinlich trivialste Teil dieses Tutorials, denn heute geht es um Marker. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich das Video weglasse, aber ich möchte, dass das Tutorial am Ende komplett ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute nochmal explizit mit den Markern auseinandersetzen. Und im Wesentlichen erwartet euch die Fragestellung, wofür brauchen wir denn eigentlich Marker? Dann werden wir ein paar Symbole platzieren. Ich zeige euch ein, zwei kleinere Tricks, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Und dann platzieren wir noch ein paar geometrische Formen auf der Karte und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für heute. Bringen wir es also hinter uns und beschäftigen wir uns mit den Markern. Für was brauchen wir Marker? Marker brauchen wir im Grunde dafür, um unserem Spieler zu signalisieren, was er überhaupt machen soll. Ihm bestimmte Spielregeln näher zu bringen, ihm zu zeigen, wo unser Spielfeld begrenzt ist, zum Beispiel da und da sind Minen, da darfst und nicht hingehen, auch wenn da vielleicht keine Minen sind, aber der Spieler glaubt das und läuft dann dort nicht hin und so weiter und so fort. Also ich kann mit Markern ganz viel beeinflussen und auch den Spielfluss ein wenig so lenken, wie ich das haben möchte. Natürlich kann ich dem Spieler auch Anregungen geben, zum Beispiel auf optionale Missionsziele oder generell das Hauptmissionsziel markieren. Also es liegt immer so im A-Achten oder im Messen des Missionsbaus, wie viel Marker überhaupt platziert, ob die dann dynamisch während der Mission noch erzeugt werden oder ob die gleich alle von Anfang an da sind, weil sie im Editor platziert hat. Da gibt es natürlich keinen festen Style-Guide, das liegt an euch. Ich sage immer, lieber mal ein paar Marker setzen anstatt die Wall of Text, damit ist oftmals mehr gesagt. Vielleicht regt es den Spieler auch ein bisschen mehr zum Entdecken an. Es kommt auch immer auf die Mission an, die man da gerade baut. So eine Mission wie die hier, die ruhig mehrmals gespielt werden soll, da muss man natürlich einen entsprechenden Text haben, der das Ganze irgendwie schmackhaft macht, aber man braucht auch die entsprechenden Marker, damit der Spieler nicht planlos herumläuft. Also die Spieler sollen noch selbst denken können und keinem festen Pfad folgen, aber es sollte auch niemals so sein in der Mission, dass man herumläuft und überhaupt nicht weiß, welchen Punkt man denn überhaupt mal anlaufen könnte. Das macht in der Regel selten Spaß. Gut, wie können wir Marker platzieren? Wir gehen in den F6, Marker-Platzierungsmodus und dort haben wir dann ein recht simples Interface, das wir jetzt auch, glaube ich, in wenigen Minuten abgehandelt haben. Wir können uns zunächst entscheiden, ob wir ein Symbol, ein Rechteck oder eine Ellipse platzieren. Also die beiden hier sind geometrische Formen, also letzten Endes kann ich hier Quadrate, Rechtecke platzieren oder eben Ellipsen oder auch halt einen Kreis anmarkern oder ich kann mich eben für ein Symbol entscheiden. Da habe ich relativ viel Auswahl. Ich kann hier, ihr seht das schon, relativ viele Symbole auswählen. Das geht sogar bis über die NATO-Symbole, die ich hier platzieren kann, inklusive Einheitengrößen plus dann noch ein paar andere Symbole, Flaggen, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Und das sind auch übrigens die AMA-Standard-Marker, also die spiele ja hier gerade in Vanilla oder baue hier in Vanilla rum, damit ihr auch wirklich das seht, was im Spiel tatsächlich ungemordet enthalten ist. So, und diesen Marker kann ich eben platzieren. Jetzt suche ich mir zum Beispiel hier einen Marker aus, zum Beispiel nehmen wir mal Zerstören. Dann suche ich mir noch eine Farbe aus, mache ich mal klassisch rot und jetzt kann ich hier einen Namen vergeben, beziehungsweise hier muss ich einen Namen vergeben. Über den Namen kann ich den Marker später im Skript ansprechen. Ich muss aber auch tatsächlich einen Namen vergeben bei Markern, sonst kriege ich eine Fehlermeldung. Kann ich vielleicht kurz zeigen. Moment, geben wir mal keinen Markernamen an. Boah, dann kommt, der Markierungsname darf nicht leer sein. Deswegen muss ich einen Namen deklarieren. Dann nennen wir den einfach mal Destroy. Hier kann ich noch einen Text angeben. Der steht dann neben dem Marker und wird dem Spieler dann auch angezeigt auf der Karte. Kann ich dann einfach mal eingeben. Zerstören. Sie kleingeschrieben, sehr gut. Das Ziel. Ausrufezeichen. Und dann drücke ich mal OK. Und dann sehen wir jetzt den Marker auf der Karte. Den kann ich jetzt positionieren. Ich kann auch die Markierung selbst drehen. Was sich nicht mitdreht, ist der Schriftzug. Und ganz wichtig, wenn ich F6 drücke im Editor, dann bin ich im Markermodus. Drücke ich jetzt wieder F1, bin ich nicht mehr im Markermodus und ich sehe diesen Marker nicht mehr. Die werden dann ausgeblendet. Ich kann ihn aber noch sehr wohl verschieben. Also wenn ich jetzt hier mit... Moment, da ist der Marker. Wenn ich jetzt hier mit der Maus noch drüber gehe, dann kriege ich auch noch den Marker angezeigt. Ihr seht das hier. Ploppt das schwarze Fensterchen auf mit der weißen Schriftdestroyer. Das ist unser Marker. Und den kann ich jetzt auch noch rumschieben. Drücke ich jetzt wieder F6, ist er woanders. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Marker ausgeblendet habt und dann anfangt irgendwie ganze Einheiten, Gruppen auszuwählen, hier mit dem Auswahl, Viereck oder Rechteck und die dann verschiebt, dann wählt ihr auch die Marker oft mit aus und verschiebt die ebenso. Und manchmal ist das dann ein bisschen hässlich oder ärgerlich, wenn man dann F6 drückt und dann sind die Marker ganz woanders als da, wo man sie eigentlich mühsam platziert hat. Deswegen muss man da immer gucken, dass man die Marker vielleicht erst zum Schluss setzt. Das ist eigentlich so der optimale Fall. Das ist ja letzten Endes auch so ein bisschen Tüdelkram. Es ist nicht wichtig, dass die Missionen funktionieren. Man kann auch vorher erste Tests machen. Alles kein Problem. Und dann kann man die auch einfach zum Schluss setzen. Jetzt möchte ich euch noch zwei Tricks zeigen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so ersichtlich sind. Zum einen, wie mache ich sowas hier? Quasi ein Schriftzug auf der Karte. Dafür gibt es keinen gesonderten Marker, sondern das mache ich folgendermaßen. Ich suche mir hier wieder einen Markernamen aus und dann nehme ich ein beliebiges Symbol, zum Beispiel hier Markierung. Ist völlig egal, welches. Dann setze ich Achse A und Achse B auf 0. Das heißt, faktisch gesehen ist unser Symbol somit nicht mehr vorhanden. Der Text ist aber davon unbeeinflusst. Der Anzeigetext. Da kann ich jetzt irgendwas Beliebiges eintragen. Dann kann ich mir noch eine Farbe aussuchen. Die überträgt sich ja auch auf den Text. Nehme ich zum Beispiel Pink. Und dann setze ich das hier auf die Karte und habe hier meinen Text ohne ein Symbol dazu. Das war Trick Nummer 1. Der zweite Trick ist der leere Marker. Der leere Marker, was hat damit auf sich? Wenn ich den platziere, dann habe ich einen Marker, der unsichtbar ist. Den sehe ich nur im Editor. Im Spiel selbst werde ich den auf der Karte nicht mehr wahrnehmen können. Der Spieler wird den nicht sehen können. Das bedeutet, ich kann diesen Marker nutzen, um zum Beispiel irgendwelche Positionsangaben zu machen für eine Ari oder irgendwelche Spawn-Positionen damit markieren. Ganz viele verschiedene Dinge, die der Spieler einfach nicht unbedingt mitbekommen soll. Was unter der Hand passieren soll, was im Hintergrund laufen soll. Und dafür kann ich zum Beispiel einen leeren Marker nehmen. Und dieser ist wie gesagt nicht sichtbar auf der Karte, wenn wir uns in Game befinden. Soviel zu den zwei Tricks. Dann gibt es noch letzten Endes jetzt die Möglichkeit, geometrische Formen zu platzieren. Und das wird quasi der letzte Schritt sein, den wir in diesem Tutorial gehen. Zu guter Letzt kann ich noch geometrische Formen platzieren. Das ist auch relativ simpel. Ich habe hier ein Rechteck mit einer A-Achse und einer B-Achse. Letzten Endes X- und Y-Achse, um es eigentlich mal schöner zu sagen. Und dort kann ich Maße angeben. Hier 100 auf 100 Meter. Und einen Winkel. Den Winkel kann ich auch wieder einstellen, indem ich Shift drücke und linke Maustaste gedrückt halte. Direkt im Platzierungsmodus von den Markern. Und dann meine Maus drehe. So kann ich dann einfach das Viereck oder das Rechteck dann drehen. Genauso auch die Ellipse. Genauso wie wir das auch bei Einheiten machen. Also das gewohnte Muster an dieser Stelle. Dann kann ich noch eine Schraffur auswählen. Zum Beispiel hier horizontal gestrichelt oder eben massiv. Und eine Farbe. Könnten wir jetzt zum Beispiel mal braun nehmen. Dann muss ich auch wieder eine Marke angeben. Und dann platziere ich das Ding. Und wie ich das bereits gesagt habe, wenn ich jetzt Shift drücke, linke Maustaste gedrückt halte und meine Maus bewege, dann kann ich das Ding drehen, wie ich lustig bin. Kann den Winkel aber auch eben einstellen, wenn ich mich hier in diesem Editor-Fenster befinde, in diesem Interface. Zum Beispiel auf 90 Grad stellen. Und ja gut, bei einem Rechteck ist das jetzt nicht so spannend. Oder bei einem Quadrat. Dann kann ich auch wieder eine Ellipse einstellen. 100 auf 100 wäre dann ein wunderbarer Kreis. Wenn ich das hier auf 50 setze, dann haben wir tatsächlich hier so ein Ei, so eine Ellipse. Und auch die kann ich wieder drehen, wie ich lustig bin. Ihr seht also, das mit dem Marker platzieren ist ziemlich leicht. Und ich könnte jetzt anfangen zum Beispiel mein Spielfeld mit Markern auszukleiden, sodass ich sehe, wohin ich laufen muss, wo ich entkommen kann. Wo quasi die Grenze ist der feindlichen Zone. All das könnte ich jetzt markieren. Das werden wir aber wahrscheinlich erst am Ende machen, wenn ich hier soweit fertig bin. Weil ansonsten garantiere ich euch, dass ich irgendwie die Marker doch versehentlich zwischendrin lösche oder hin und her kopiere, was ich nicht will. Und das lassen wir besser. Ersparen wir uns. Und dann werden wir dann gegen Ende nochmal ein paar Marker setzen. Das ist ja auch jetzt nicht wirklich schwer und auch was sehr Individuelles, was jeder für sich selbst machen kann. Aber ich denke mal, damit ist der Sache genügend getan. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Begleitet mich hier in diesem Tutorial. Und dann sage ich bis denn.